Als Halbprodukte, Milch oder Tee zuerst? Erst Tee. Royal Family, Team Harry & Meghan oder Team Harry & Cade? William & Cade. Frühaufsteher oder Nachtholz? Frühaufsteher. Früher Geld, Top oder Flop? Eher Flop. Tempo-Limit, Ja oder Nein? Nein. Wo sind die Debatten härter? Stadtrat oder Bund und Niede? Ähm... Schenken sich beide nix. Social Media, Flur oder Seel? Äh... Segen. Karriere-Ziel, Bundeskanzler oder Bund? Äh... Wahrscheinlich irgendwann mal Chef im Hausflur. Realist oder Idealist? Äh... Realist. Morgens, Café oder Tee? Ähm... Espresso. Reichstagskantine oder Imbissbude? Ähm... Definitiv die Imbissbude, die ist besser.